Jörg Jaksche, früherer Ratprofi und geständiger Doping-Sünder, hat der Prozess gegen den Dopingarzt Eufimiano Fuentes in Madrid ausgesagt. Er hat mich gefragt, was ich dopingtechnisch machen will. Me pregunto lo que yo tecnicamente queria hacer en el doping. Und dass er sozusagen fast alle Medikamente, die leistungssteigernd sind, organisieren kann. Dann Bluttransfusionen, EPO, Anabolika, IGF-1, künstliches Hämoglobin. Die Liste ist lang. Schon seit 2006 steht Fuentes im Verdacht, um sich herum eines der größten Doping-Netzwerke der Welt aufgebaut zu haben. Systematischer Betrug. Fußballer, Leichtathleten und vor allem Radprofis wie Jaksche standen in seiner Patientenakte. Wir haben Ihnen auch künstliches Hämoglobin oder sonstige Produkte aus Russland angeboten? Jörg Jaksche belastet Eufimiano Fuentes mit seiner Aussage, wirft der spanischen Justiz aber auch mangelndes Interesse vor, weitere Sportarten zu belangen.